und willkommen mein name ist ich bin mit dem mario master ja schon wieder ja ich schon wieder ich hatte diese musik ja ich bin wieder dabei was machen wir heute dann wir haben jetzt irgendwie nicht aus dann auch bei heute machen genau das so ein kleines man kann sich die eigenen regeln erstellen und da habe ich mal hier so sachen eingestellt sachen ja also erscheinen items sind logo gewerle also kein smash balls und so irgendwie so was also nur pokémon meisterbälle und ultra leistet uns auch nicht aufhören und also was also wir müssen halt hier nur mit dem pokémon kämpfen mit dem pokémon und natürlich kämpfen wir mit pokémon ja also ja wir haben schon lustig erst recht spannend habe ich auch gemacht okay dann wähle eine pokémon stage aus ich möchte die speersäule also ich bin spieler 1 okay alles klar nein nein ja da ist ja das ist ja das ist blöd hat man jetzt mal deinen namen aus ich bin ich ja so jetzt haben wir nicht blau sein ich möchte gerne blau sein du möchtest grün sein aber ich war ich habe überraschend überraschend stark mit pico irgendwie den klassischen muss gemacht also ich glaube 8.9 oder ich hatte letztens online matches mit freunden wo ich alle also ich glaube ich zehn mal hintereinander mit dem pitt gewonnen habe und sie können einfach nichts tun ich habe sie einfach immer wieder vernichtet mit pikachu gegen youtube und selbst eingestellt ist eingestellt okay gegen pikachu und setzen pokémon ein genau ich habe mir die mit einer hand ich will mich anfassen los dati mit schnabelein ich habe mir wünschen hat ja noch mehr los chaos los schnappt sie dir erd anziehung los wohl fix dann kriegen wir nur die scheiß dahin ich will die einschlafen und eigentlich bereits aber wir meiner meiner entwicklungsstufe runtergefallen gestorben und ein nicht keller die jasse nicht keller los also obwohl ich ja wohl fix ist ein anderes wohl fix chef rum weg scheiß kelly chef rum macht was das haben wir noch naja wenn wir die fassung los mal zieht jetzt zahltag ein es liegen über einen münzen verstreut von schau ich habe meinen münz kopp aber nicht dabei meta groß passt auch gerade sein kein meister weil bisher weiß ich kann projektile einfach zurück schließen ja und los aber was komm setzt doch noch ein setz und ein scheiß dollar blitz ein dreckspiss auf den dreckspisser weg wie war es imikur ist eine verkleidung und kann durch hohen schadenswert besiegt werden das ist nicht effektiv hallo die tolle leck mich ja genau kommen wo es ja scherux die kamera ist auf dich gerichtet tu war und tu war was für deine fans dann gibt sie zu das gefunden gehört hier ist immer noch kein meister bei alter ich auch mal nicht das ist da und übrigens so arg mit sekund zu vergleichen was bist du für ein mensch eigentlich kostet so sehr gut wenn ich fängst du seit meinem letzten moment hier alles um aber entscheiden sehr wohl deswegen jetzt los stage wandel ach so stage wandel und ich hab mir schon so jetzt sind wir auf meinem gebiet ich mache sich bereit zu sterben pikachu zu den gesehen dass die alger sagt hallo zu meister die alger noch einen meister und als arzt was du da hatte ich wollte das um dich werfen relax nicht so funktioniert ich glaube auch nicht ich habe gewonnen gg aber knapp noch hat sie noch beinahe für mich entschieden am ende noch mal ja gerne diesmal mit anderen pokémon 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 warte erst wird die stage entschieden und dann erst die kämpfer ja okay ich wähle die erste stage aus aus natürlich sperrsäule wo möchtest du hin welche punkten stichten müssten ist bei dir seine carlos pokémon liga geht es noch gar nicht haben wird noch mehr noch mehr stuff ja ich nehme lukario so daneben moment mal du bist typ mäßig im nachteil gegen dich wir wissen und nicht pokémon ich bin ein kampf pokémon und nix ja und du hund wenn der von den alle gedacht das haben wir erst mit youtube auf meine staunen bei uns lauflegen das ist ja bald hier wie geht es ihnen was machst du ja machst du auch noch was oder oder bis einfach nur hier um gut dazustehen er ist weg doch macht der war sitzt metronom ein ich habe hände jetzt überlegen wieder park hier noch kein meister weil da kommt ja nicht durch dinge kaputt aber weil ich ja macht doch mal was hätte ich jetzt gehen da wieder sind wir diese diese eigentlich aus den sie aus mario mitchy zu passen war ja die flammen brüder die einfach abgehauen sind die alger oma shadow ich kann tatsächlich nicht alter ja okay ich bin jetzt nicht so was sie nicht vergessen dass sie von mal zum mal stärker werde nein also auch im griechen in der zeit betäubung ja wegen von show und jetzt ist die alger weg ja nichts gemacht warum machen sie ihn nicht pings ich dachte ich denke ich werde stärker ohne nicht mehr doch doch milliarder aua meine power ob man hier habe fliegt meister mal ja 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 wenn wir uns das ist nicht so richtig gut im moment hofer hilfe nicht die riesen faust jetzt kommt die riesen faust mein gott palker machte ich habe es ja abgestellt was ist abgestellten weil sie nicht kann sogar sein könnte vielleicht sein deswegen passiert ja nichts mehr das soll das ist gleich mal eben überprüfen bevor wir den nächsten kampf machen warum ich was aber ist nicht mit nicht kustos oder auch gewinnen show you can aber einfach nicht mit dem und nach die rein doch ah ahaha danke und a laf wirst du besser als sorgen soll sogar eu wieso jetzt ist die jahr schon wiedergegangen wegen hier bleibt doch mal hier ein paar fliegt das wert sein geweck toge de maro Das ist ein japanischer Name. Tschüss. Ich komme wieder. Oh, wir haben gewechselt. Aho. Evoli. Los Evoli, setz Bodycheck ein. Hey, das haben wir gerade ins selben Zweck und wir haben uns beide gekontert. Oh. Oh. War nicht schon wieder. Caldeo. Ich glaube, ja, war sogar einer. Kannst du hier kommen von meinem Caldeo? Schon, ich konnte einfach. klar schlägt war drecks besser macht war schon wieder da habe ich schon wieder kostung aber team arbeit das hat gesehen ja habe ich gesehen ein gewöckter tiri da war nur der vorbilder ist noch vögel doch ein frische dessen fliegen was wir wohl in diesem meisterball sein finden wir es heraus ich hab den weg geworfen los geratina was tolles ich war einfach auszurechnen da krei mach was aber aufzustellen zu sein niemals mega groß vorstellungsdifferenz eine mega große tipp und vorher grüne kennst du grün ich noch habe schon mal irgendwo gehört das ist einfach eine einzige parodie ich habe die polini gehört meinst du stirbst ja jetzt kann man überhaupt nicht mehr raus da kommst du mit raus warum nicht weil sie ist ich glaube meine hände brennen ich glaube du hast recht solche löschen ich glaube ja wäre immer gut wir sollten jetzt mal gucken ob die stage nehmen überhaupt aus sind ich glaube ja weil ich einfach nur auf die pokémon ja aus wollte macht man das hier naja stage kniffe sind tatsächlich aus ja ich weiß ja macht die wir an ich fange an mit der sperrsäule muss ob man es darum zwei ja ich liebe die sperrsäule versuche wenn er meinen ja jetzt gibt es auf die fresse so ich bin jetzt schwachs miet und wir wissen grünes projekte sieht nicht sehr gesund aus was gar nicht was er kann er nicht gesagt er kann er kann es doch mein gott bin ich langsam guckt ja man ist der langsamste kämpfer überhaupt oder ich liebe mario studiert er ist jetzt sagen ob man ja ja macht was eigentlich ja ja du bist du sowas zu nutzen vielleicht kann man eben nicht auf steuern kann mein gott mal wieder reinkommen danke ich werde ich jetzt ganz langsam packen nicht kajoren wieder die alga sagt hallo zu die alga was sie gefallen und dann geworfen ja natürlich und er ist auch richtig langweil der name klingt so japanisch ich sterbe nicht doch noch tust du ich sterbe ich werde niemals sterben wenn ich sterbe komme ich auf eine einsame hinsehe auf mich zu hauen ok leo war ja schon wieder ja klar ich möchte ja nicht sagen dass du ziemlich hat auf die fresse bekommt aber meine meine fressen bekommst du hart auf die fresse ich habe meinen kopf was jetzt ich glaube ich habe die einfach gegen laber da sind dann bist du tot koste so show you kennt mich viel zu langsam für diese art von kämpfer ist klar da ist klar das ist klar ist klar hallo kajoren den habe ich dann gesehen wie wird sich mit dem retten doch nicht ruhig ist kacke hat ein echt schlechtes beruf sind unsere recovery ist echt kacke und ich habe jetzt einfach hier stehen bis der ganze schwach sind hier vorbei ist der wird niemals vorbei sein das ist nicht aber ich habe mich zu fest aber ich selber aber auch da hat es niemals latios naja die nikolini oder das machen die sohn und das elevoltaik welches buchen und ist besser und sie setzt zahltag ein es liegen überall wenn sie verstreut sind habe ich alle auch wird sein wir angefangen ich habe keine verkaufen aber ich glaube du nimmst nicht mehr vor oder stage wechselt und kommen zurück hey komm mal her ok aussetzer ich habe das bedeutet das ist auch fies von mir das ist richtig ziemlich kacke naja was hat freut ja beim nächsten mal sehen wir ein anderes match bis dahin und schau mal wo das erstmal gucken ob irgendwann meilensteinmäßig oder so ja wollen wir mal gucken ich glaube aber nicht wäre ich auch nicht okay bis dann schau